Ja, was soll das denn? Zunge weg, steh ja nicht rum. Will ja weitermachen. So, jetzt müssen wir da durch. Das hatte ich vergessen. Das hier. Autsch. Ich überlege gerade, gut, ich glaube, weiter hinten war da nichts mehr, oder? Ach Mist. Mist, das war Verschwendung. Toll. Ich habe mich gerade ablenken lassen mit Gedanken. Ich glaube, wenn man sich nicht konzentriert auf den Kampf, dann passiert sowas. Aber gut, weiter hinten. Da war doch kein so ein großer Ding, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay. Mal schön weiter. So, jetzt schön hier rein. Ja, was ist denn hier? Interessant. Okay, was ist das denn? Ja, wer bist du denn? Lass diesen Typen los. Hm, okay. Interessant. So, nehmt das. So. Lass uns die mal loswerden. Absorbieren. 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 So, dein Tod schön. Ja, und wer bist du? Ja, jemand Unwichtiges. Okay. Tja, was ist denn hier passiert? Da oben geht's noch irgendwie hin? Okay. Geht's hier noch hin? Okay. Es geht hier so überall hin. Toll. So viele Wege. Interessant. So, geh weg. So, der da weg. Und absorbieren. Schnell. Oh, die verschwinden. Autsch. Scheiß Vieh. Ach, okay. Hier brauch ich Level 2. Wie's aussieht. Ja, Level 2. Öffnen sie nicht. Nicht auf diesem Level. Okay. Toll. Interessant. Na, schön. Muss ich ein bisschen sammeln. Und dann das da aufwerten. Okay. Das heisst. Flammen muss ich dann auch noch tun. Später. Sehr wahrscheinlich. Okay. Die sind wieder da. Ja, was soll das denn? Was soll das denn? Das war Verschwendung. Ich wollte nicht den. Hat sich hier eingemischt. So. Ja, verdammter Mist. Hm. Okay, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Cool. Eine Manaquelle. Sonst, was ist hier? Karten. Ach. Wieso immer Karten? Verdammt, ich will die Dokumente. Für dieses eine Rätsel. Was zum. Was zum Teufel bist du denn? Ein seltsamer Mann. Statt dich stillschweigen. Dann. Mhm. Was zum Teufel. Ja, schweigen wir zurück. Wett. Okay, was zum Teufel. Hm. Na, keine Ahnung. Gehen wir einfach. Das ist nix. Hm. Aufwerten. Gebrochen hier. Level 2. 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 Das hätten wir schon. Gut. Mhm. Geht noch weiter. Okay. Gut. Dann behalte ich das mal. Die Kugeln. Und jetzt noch speichern. So. Okay. Nein, nein. Ich speichern weg 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 weg. Tschüss. Wir gehen. Nein. Dieses Wasser ist voll magischer Kraft. Hier kannst du deine magischen Kräfte regenerieren. Ja, haben wir schon gesehen. Schön. Also echt schön. Natürlich sind die schon wieder da. Ach, jetzt nur noch die, okay. Na, soll mir recht sein. So. Okay, warte mal. Da drüben geht's nicht weiter, okay. Da drüben hin. Ist diese Leiche im Weg. Die Leichen hier, okay. Und was ist hier vorne? Soll ich da jetzt hingehen? Äh, warte. Ich würde zuerst danach schauen, dass ihr der Bonus sein könnt. So. Ah, da sind die wieder, okay. So, nehmt das. Was? So, steh ab. Ich brauche deine Energie. Gib her. Schön. Bisschen Heilung, nice. Gut. So, was ist denn hier? Jetzt bin ich gespannt. Was haben wir denn hier? Bisschen Knoblauch, oder was ist das denn? Keine Ahnung. Hier ist hier Loot. Hm, hier ist kein Loot, okay. Was soll das hier sein? Shit. Feinde sind hier. Sand. Oh, ich bin tot, okay, toll. Wow. Die armen Vasen, was soll das? Die wollte ich kaputt machen. Ihr scheiß Spielverderber. So, tschüss. Toll. Ich glaube, ich wollte das tun. So ein Mist. Okay. Ouch. So, das nimmst du zurück. Diesen Schaden. So, das hast du. Geh, gehen wir mal weiter. Was ist denn hier? Hier durch. Ich hoffe, das ist nicht richtig. Nicht der richtige Weg. Blaues Buch. Bekomme ich hier mehr? Schade. Was ist dieser Nobunaga doch für ein unglaubliches Tier? Wir verstehen nicht, wie sich der Körper der Dämonen mit dem Körper eines banalen Tieres verträgt. Sehr irritierend. Außerdem ist dieser Nobunaga äußerst intelligent und ehrgeizig. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach da. Er gelobte Master Fortinbras. Okay, war das dieser Typ, dem wir begegnet sind? Äh, Treue ohne Furcht zu zeigen. Und ließ sich auf einen Pakt ein. Seine eigene Spezies zu opfern. So, so. Das hat er gemacht. Du sagst. Was ist das denn hier? Du erkennst Blitze inmitten eines Kristalls. Hm. Eine Flamme flackert in einem Kristall. Okay, da brauche ich wohl noch eine dritte Fake-Cart, wie es aussieht. Ja, da fehlt noch eins und Rüstung fehlt auch noch, wie es aussieht. Okay, ein Fähigkeit fehlt noch. Das heißt, hier würde es dann weitergehen. Hm. Okay. D-d-d-d-d-d-d, ja. Geht das jetzt auf? Geht jetzt auf, schön. Kommen wir aber noch nicht weiter. Top dein Wirbelsturm. Oh, Wind. Der Zaun hindert dich daran, weiterzugehen. Also, scheiße. Hm. Okay, Wind. Das fehlt noch. Interessant. So. Cool. Äh, da wissen wir Bescheid. Okay, müssen wir später wiederkommen. Brauchen diese Fähigkeit. Na schön. So. Moment, dieser Helm da. Kann ich nicht mitnehmen, schade. Tja, läuft der die ganze Zeit ohne Helm rum. Ist so ein komischer Samurai, aber naja. So. So. Gut. Da war jetzt noch einer. Interessant. Okay, äh. Da drüben war nichts mehr. Hinter uns. So wird auch nichts mehr. Das heißt, wir gehen weiter nach vorne. Was? Let me go! Quiet! What is going on here? Stop! Who are you? And what do you want with that boy? I should ask you the same thing. You are not working for Saito clan, are you? Wait. Can you be Samanosuke Akechi? Yes, you are. I cannot believe you are here of all places. I am a servant of the Oda clan. My name is Tokichiro Ginoshita. This man will eventually conquer the world under the name Hideyoshi Toyotomi. What is a servant of the Oda clan doing here? Wait. First we must talk business. Tell me, Samanosuke. Are you interested in serving our clan? My lord Nobunaga Oda would welcome a great samurai like yourself. I serve no one. My life is mine and mine alone to command. Hehehe, I see. However, I will not give up yet. Okay, mach du mal. We shall meet again. Ja, tschüss. Okay, komischer Typ. Er kommt Oda hat einen eigenen Clan. Hm. Er scheint ist ein Nobunaga, okay. Jetzt nehmen wir den nicht hin. Der klingt nach einem Verräter. Hm. Normaler Pfeil. Okay. Da fehlt nur noch ein Bogen. Können wir das hier direkt so verschießen? Nein, glaub ich nicht. Okay, äh, wir kommen von da. Na schön. Und wer weiß dieser Junge? Hm. Und was ist hier? Ja, was ist denn hier? Ist hier eine Rüstung? Kann ich eine Rüstung mitnehmen? Diese Rüstung wird die Rangriffe nicht ab. Schade, okay, toll. Das heißt, wir können das nicht mitnehmen. Steht da irgendwas Interessantes? Oder hier? Ach, okay. Das war ein Enelzeichen, schön. Hm. Kiste. Journal 3. Okay, meine Kräfte schwinden. Ich frage mich, wie viele Tage seit meiner Ankunft in der Höhle wohl vergangen sein mögen. Meine einzige Nahrungsquelle besteht aus Wasser. Das aus der Wand heraustropft. Es ist dunkel hier und das Schlimmste ist die Dämonen. Was ist die Dämonen? Während ihrer schrecklichen Zeremonie beobachten zu können. Ach so. Ihr verhaltet mich, Mux-Meistern, still und betrachtet die Szene. Um nicht von den Dämonen gesehen zu werden. Nein, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Was denn? Sperre ohne Klingen, völlig nutzlos. Also ich dachte, das wäre ein Bogen. Sagt halt sowas, oder? Doch, das sind doch welche, oder nicht? Hm. Okay, doch, das hier sind Bögen. Sagt aber nichts dazu. Diese Rüstung da drüben, die sieht doch speziell aus. Hm. Geht toll. Hier ist so eine Rüstungskammer und sowas. Aber wir können ja nichts mitnehmen. Na, schade. Keine Rüstung, gar nichts. Huch. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Na, warte. Komm her. Boah, diese Seite hier. Tschüss. Und schnell absorbieren, schnell. Na gut, ist noch da. Puh. Glück gehabt. Okay, jetzt müssen wir hierdurch wieder wechseln. Sooo. Mach auf. Komm, ist das Glibberzeug, so. Jetzt wieder wechseln. Das ist ein bisschen nervig. So. Nee. Nee. Nee, nee, geh weg. Oh, schon tot. Und Heilung, nice. So, jetzt tut dran, stirb. So, tschüss. Und hier sind ganz schön viele gestorben. Wer sind denn hier diese Typen überhaupt? Von welchem Clan sind die? Ach, keine Ahnung. Ich kenne eh kaum wenig in dieser Welt. Keine Ahnung, was hier abgeht. Tja. Oh, was ist das denn? Was ist das? Das ist eine komische Gruppe. Gruppe. Fett. Du musst herausfinden, wie man es öffnet. Da scheint ein Teil zu fehlen. Und es pulsiert. Der Sand. Samenosuke, ist das etwas, was du gefragt hast, dieser junger Mann? Du nicht beendet. Nein. Du willst mich schützt, wie das andere Samurai macht. Das ist nicht wahr. Bitte, sag mir deine Namen. Ich bin Yumemaru. Yumemaru. Du musst sag mir, was dieser Samurai wollte mit dir? Um, was soll ich wissen? Fine. Dann warum bist du hier? Wer hat dich hier gebracht? Hm. Willkommen zu der Familie hier. Geh nach ihm, während ich nach Prinzess Yuki. Ich werde. Okay, dann tschüss. Hm. Okay. Tja, was ist der Familie da? Interessant. Hm. Okay, und was hat jetzt dieser Junge hier damit zu tun? Soll der speziell sein? Ja, werden wir später herausfinden. Vielleicht. So, stirr vielleicht hier beim Essen, hm? Ist mir egal. Sterbt. Könnt ihr mal eine Klinge essen? Nein, nein, Mann. Ich war noch am Töten. Die Scheissvieh. Ist einer hinter mir? Was soll das denn? So, was willst du jetzt tun, hm? Halt's Maul. Auf mehr. Ja. So, tschüss. Halt's. Tö, 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 tö. Noch einer hinter mir, toll. Hm. Okay. Bist du noch da? Huch. Wo kommst du auf einmal her? Ja. Ja, was soll das denn her? Früher rum zu. So. Ah, du besetzt nicht. So, stirb schnell. Muss absorbieren. Bevor es verschwindet, schnell. Gut. War noch da schön. Huiuiui. Okay, wir können hier vorne rein, oder? Geht das? Geht, okay. Hm. Oh, eine Kiste. Eine große Kiste. Warte, da muss ich hin. Hier ist ein Trick, Schatzkiste. Okay, hab ich wieder sowas. Okay, toll. Fünf Versuche. Hm, okay. Sechs muss da hin. Vier muss da hin. Eins muss da hin. Und drei muss da hin. Okay, natürlich muss ich jetzt hier im Voraus denken. Wenn ich das einmal so drehe. Drei wäre da. Das würde aber nicht da bleiben. Hm. Weil ich das eh noch ein paar Mal drehen muss. Das heisst, ich würde eher hier anfangen. Sechs nach oben. Eins wäre da. Oder warte. Wenn ich jetzt das einmal mache, dann wäre vier da, wo die Eins wäre. Und Eins wäre dann oben. Okay. Dann muss ich hier die Sechs rausbekommen. Hm. Okay, dann wäre die Vier. Wäre dann da, wo die Vier ist, links. Eins wäre da, wo die Eins jetzt ist. Sechs wäre da bei Eins. Dann muss ich nochmal drehen. Dann wäre Vier bei Eins. Und Eins wäre bei Vier. Sechs wäre dann da, wo die Drei ist. Und Drei wäre dann immer noch da, wo Drei ist. Das heisst, wir kommen so nicht weiter. Da würden wir mehr als fünf Versuche brauchen. Okay. Äh. Jetzt wenn ich das einmal drehe. Dann wäre die Eins bei Vier. Sechs wäre da. Drei wäre da. Dann würde ich das einmal drehen. Nee, Moment. Moment. Hm, verdammt. Ich hoffe, wir haben da unendlich Versuche. Nicht, dass es dann verschlossen bleibt. Okay, also wir müssen eh hier anfangen. Okay. Dann würde ich einmal das da drehen. Um die Vier daraus zu bekommen. Hm. Ja, das muss ich tun. Nee, warte. Dann ist die Drei da. Na, warte. Jetzt muss ich dich einmal drehen. So. Dann dich einmal drehen. Und wir haben einen Bogen. Ja, geil. Wie können wir das jetzt ansetzen? Äh. Äh. Achso, das gehört da runter. Das ist circa zwei Meter lang. Anstatt das Schwert. Hm. Okay. Interessant. Warte ich mal im Hinterkopf. So. Falls ein Typ zu gefährlich ist für den Nahkampf. Dann kommt der hier Pfeile ab. Schön. Ist das noch ein Buch? Okay. Was ist denn hier? Zusaku. Okay. Ah, nein. Endlich. Der Panzerhandschuh. Der zu besiegen. Und. Ah. Panzerhandschuh. Hm. Okay. Das Wort hätten wir jetzt. Panzerhandschuh. Schön. Ich glaube, diese Anentur können wir jetzt öffnen. Denn das war ja die Antwort. Können wir jetzt da mal zurück. Wir gehen den weiten Weg zurück. So. Bewartet die Kiste nochmal.